Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde GRID 2, der S.Malinga ist hier mit dabei, der stand sogar vor mir. Ja, und wir spielen mal wieder in der Runde auf dem Evolution Derby. Und die dritte Runde von Resort war dann... Grit, 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 grit. Da hat sich ja mit FD und mit Fabian gespielt. Einfach mal ein bisschen rein. Alter, der dreht mich fast. Alter, hier so viel Rauch, was ich kann. Ja, immer wenn die driften, ne? Ja. Mal gucken, holen wir dich mal außen rum. Ja, aber muss aufpassen. Oh, schon kommt der erste rein. Ja, die drehen dadurch meistens, wenn du außen fährst. Ja, übrigens, wir würden auch gerne mit anderen zusammen fahren, aber es war kein Lobby offen. Deshalb mussten wir ja in der Lobby aufmachen, deshalb kamen wir auch nur mit Box gerade. Ja, Mama. Oh, Quatsch, dann kommen sie alle rein, weißt? Jetzt, wenn der Lobby offen ist, so. Ja, die können's halt nicht, weißt? Ja. Und jetzt sag nicht so wie du. Oh! Doch, ich hab ihn gedreht. Okay, alles gut. Ah! Du bist dritter. Ah, zweiter, okay. Ah, die Demolation, die Post. Und übrigens ist bei Demolation wirklich nur so, dass man nur zwei Maps fahren kann. Also, man kann sich bis zu zehn Runden fahren, aber es gibt halt immer nur wirklich die beiden Maps, was eigentlich so schade ist. Oh, nicht drehen! Oh! Neffe! Ja, ich hab's wieder voll erwischt. Und übrigens, Kevin, ist dir mal aufgefallen, wenn man die schnellste Rennrunde haben will, darf man nicht driften, ne? Weil... Das Driften ist langsamer als normal, um die Kurve zu fahren mit Bremsen. Jooo! Ich hab jetzt grad eine Zeit von 33 Sekunden. Ja, ich 38, weil ich gedreht worden bin. Oh, 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 das war krass. Die erste Kurve, hier darf man nicht zu eng nehmen. Oh, 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 oh. Das fängt vielleicht noch bei. Oh, 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 oh. Ja, aber die hier bei dem Kreisel haben wir auch nicht grad zu eng. Das hatte ich hier noch nie beim Kreisel, ich hab's immer nur in der ersten Kurve gehabt. Oh! Der ist über mich geflohen. Oh, Alex, was ist denn bei dir los? Du bist dritter. Ja, der lässt mich nicht vorbei, der Bruno. Und schon wieder 33 Sekunden, genau die gleiche Zeit wie davor. 33,68 hab ich. 33... Also dann lenkt mein Wagen voll nach links. Ich hatte eine Zeit von 33,69. Boah, ist aber auch gut. Nein! Oh! Okay, ich hab einen gedreht. Du wirst immer gedreht, gell? Ich hab ihn gedreht, ja. Oh, ich hab ihn vorbeifacht. 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 Halt ihn mal auf, Kevin! Alter, guck mal die Bestzeiten an bei uns, Alex. Loll, der Bot war schneller als wir. Ohne Witz, der Bot hatte eine beste Runde als wir. Das ist der Hammer. Er fragt mal letztens schon mal, dass so ein Bot so richtig gut war, ne? Ja, er hat einen Bot in der Bestzeit von 27 Sekunden. Ja, ich glaub das war auf der anderen Karte, Map. Ja. Da steht es doch auch die ganze Zeit immer, wenn die Bestzeiten von den Bots. Und der Weltrekord steht auf dieser Map auch immer. Echt? Ja, soll ich sagen, welcher Rekord hier steht? Ja, wo steht denn das? Internet? Ne, aber soll ich mal sagen? Möglichst als 9. startet einer von ihnen. Der Rekord, der auf dieser Runde ist, ist 21 Sekunden. 21? Ja. Da ist aber schon mal einer gedreht. Kevin, Achtung, Achtung, Achtung! Oh, klug! Interessant müsste er jetzt ins Ziel sein. Ja, jetzt musst du auch bedenken, wir sind ja... Von Null losgefahren, weißt du? Wir standen ja. Ja, klar, aber trotzdem. Aber trotzdem 10 Sekunden. Hinter dem Spiel ist der Herr Wissen Karte. Nicht drehen, nicht drehen! Oh, oh Gott! Oh, hui! Ja, toll. Dreh ihn! Oh Gott, oh Gott! Mann, krass, ich war über den Eil! Puff, puff, puff! Das war voll knapp gerade bei dir. Die ist ja schon wieder nicht, die Zeit. Ne, 21 ist ja echt unnormal. Hat ein Japaner aufgestellt. Hui! Oh Gott! Oh, guck mal, da steht einer! Alter, mal, liegt knapp! Du weißt, bei dir ein Zielkrank, also knapp und bei dir auch. Oh! Hier, einfach nochmal 6 Sekunden schneller. Das kann nicht sein ohne Witz, also. Ja, obwohl du hast gesagt, man kann den Wagen hier auch auftunen, ne? Ja. Ja, dann vielleicht, aber so schaffst du das nie im Leben. Hm. Ah, der grüne Pferd wieder. Hu! Hu! Oh! Oh Gott! Habe ich weggewandt. Ah! Der dreht er dir! Ah! So, jetzt habe ich ihn gedreht. Hehe. Ich glaube, das waren wir nicht. Jetzt ist er dauer aufschlug, glaube ich, dieser Praktik. Ich glaube eher auf mich, weil ich... Oh, ich habe gerade gedacht. Hä? Alter, guck mal, da ist schon wieder der Bot hinter dir! What the fuck? Hey, da Marco, Donakanu! Oh, guck mal, da ist auch jemand, Alex! Ja! Alex Kerster! Und welchen Reifen kann es sein? Oh, Alex! Ah! Hilfe! Ja, jetzt wollte ich nochmal vom Bot überholt. Easy. Die Bots sind übrigens auch sehr schwer gestellt, ja. Übrigens... Ah! Siehste, da ist der Reifenplatz da. Ich habe schon gesagt. Bestzeit 28.10. Alter, wie einfach schnell hat der Bot fast genau die gleiche Zeit hat. Was habe ich? 27! Wow! Ich habe mal fünf Sekunden vorher, als ich im Ziel gekommen bin. Nöööö. Oh! Gewinn nur ruhig, ich bin Zweiter, ist alles okay. Ja. Aber dieser... Also, der ist kein Brasilianer. Ne, Italiener, hab ich doch gesagt. Ja, ich habe wahrscheinlich einen Brasilianer, aber ich habe den voll auf die Seite gequetscht, also fast auf dem Dach lag. Ich glaube, dich habe ich auch noch mitgenommen, dass du auf zwei Räder gefahren bist, gell? Ne, da war irgendein Trümmerteil, wo ich drüber gefahren war. Achso. Dann erfährt aber man knallt auf mich drauf, ey. Ja, bei Start und Ziel habe ich ihn dann gedreht gehabt. Ey, guck mal. Oh, ein schönes weißes Auto bezeichnet. Ja, grün ist auch ganz toll. Ein rotes ist nicht noch besser, gell? Ein rotes? Ja, ein rotes ist wunderschön. Ja, wunderschöne Watermelonen. Obwohl, gibt es überhaupt rote? Also orange kenne ich, aber rote? Rote Wassermillionen. Wassermillionen? Ich habe Melonen gesagt. Millionen ist was ganz anderes. Okay, der Deutsche ist schon mal ein letzter. So, der siebte heißt Mr. Meme. Ja. Ey, der siebte heißt Mr. Meme. Mr. Meme. Meme. So, Bruno Silber habe ich schon mal überholt. Jetzt habe ich mir noch. Lucia Gassion. Ah! Du rennst auf dem Gedenk. Putz! Oh Gott! Alter! Kusch dich, Mann! Du scheiß Italiener! Welcher Platz bist du denn? Ah! Zehntger! Da müssen wir uns immer drehen! Da möchte sich der scheiß Italiener noch auf mein Dach sich bemühtig machen, ey! Okay, wir wollen mitgenommen werden! Spitzbahn! Hey! Oh, der Ostwald ist Zehntger! Neh! Uuuuuh! 327, mit dem Bord. 3227, mit dem Bord. Was, was für eine Zeit. 3227! 27 in dem Moment kommt Ostwald Hattest du eigentlich meinen Screenshot gesehen, den ich hochgeladen hatte vom Feuerwehrmann 2? Alter, was? Wir hatten gestern ein Troller im Team Das waren welche, die sich downranken lassen wollten und die haben die ganze Zeit nichts gemacht, also mit Messerboden Die hatten einfach 0 Kills, 0 Assists und einfach Tode Und das Problem war, die war zu zweit, die konnten wir die nicht kriegen Oh, Mr. Meme Ja, der Bot hat ihn, glaub ich, irgendwie Ja, vom Bot gekillst du, wenn du auch, bitte Ja, besonders wenn du an jeder Kurve abdenkst Ah, der steht in der ersten Kurve Ja, ich weiß, ich bin jetzt hier grad aus der ersten Kurve erst rausgekommen Ja, dann überrunde ich dich ja fast Wie jetzt bei der ersten Rampe Alter, wir haben jetzt da Keine Ahnung, wer hat was gerampt Ja, ich bin dann schon mal fertig, ne Hehehe Hehehe Ne Ich bin dann noch dritter, ist doch gut Oh, ich bin noch ins Ziel gekommen, oh Guck mal ne Runde an Ne Sekunde besser als deine Ja, aber jetzt mal ernsthaft, ey Die haben jetzt nur gerampt Achja, dabei Kann vergessen, dabei Rekord auf die Sommer bis 26,5 Sekunden Ja, das geht nur mit den Pintenwagen, dann geht das nicht Und nicht zu twiften, halt eben zu vergessen Ja klar, aber trotzdem Das sind trotzdem noch 6 Sekunden Soll mal so, du bist Erster und ich bin Zweiter, das passt eigentlich, weil du bräuchst das XP mehr als ich Ja, obwohl ich Erster bin, kriegst du trotzdem mehr Geld, das ist ja die Kacke Pro Level bekommst du 2% mehr Geld Vielen Dank.